Tura, erstes Seniorenfrühlingsfest kommt gut an. Sein erstes Frühlingsfest für Senioren veranstaltete der Sportverein Tura Bremen in seinem Vereinszentrum an der Lissarer Straße. Ein besonderes Highlight bildete der Auftritt der Synchronenkunst-Tournerin. Roswitha Wahl und Renate Recknagel von Bremen 1860, beide mehrfache deutsche Meisterinnen, ihre Altersgasse. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank. Vielen Dank.